Hallo, heute möchte ich Ihnen und Euch einen Ort vorstellen, der für meinen Glauben und für mein Leben sehr wichtig ist. Es geht um Taizé, einen kleinen Ort in Burgund. Seit vielen Jahren lebt hier eine ökumenische Bruderschaft. Sie nehmen jedes Jahr viele tausende Jugendliche auf und in geringerer Zahl auch Erwachsene und Familien mit Kindern. Ich bin jetzt das zwölfte Mal in diesem Jahr hier in Taizé. Durch die äußeren Umstände der Pandemie ist vieles anders. Es ist viel leerer als sonst. Vieles Zentrale bleibt aber auch gleich. Deswegen wird es gleich Bilder aus diesem, aber auch aus den letzten Jahren zu sehen geben, um einen guten Gesamteindruck zu bekommen. Die jungen Menschen, die nach Taizé kommen, schließen sich dem Leben der Gemeinschaft der Brüder an. Im Zentrum des Tages stehen drei Gebete, zu denen alle in der großen Kirche der Versöhnung zusammenkommen. Die Kirche ist schlicht eingerichtet mit warmen Farben, einigen Ikonen, Kerzen und bunten Farbplatten. Alle sitzen auf dem Boden oder auf kleinen Holzsockern und schauen gemeinsam nach vorne. In den gemeinsamen Gebeten gibt es Schriftlesungen, Psalmen und eine lange Zeit der Stille. Über Taizé hinaus bekannt geworden sind die meditativen Gesänge mit kurzen Texten in vielen Sprachen, die immer wieder wiederholt werden. Im Abendgebet am Freitag steht besonders das Kreuz im Mittelpunkt, um an den Kreuzestod Jesu zu erinnern. Am Samstagabend wird mit einer Lichterfeier die Auferstehung gefeiert. Neben den Gebeten gibt es Bibeleinführungen der Brüder, Gesprächsgruppen der verschiedenen Altersgruppen und alle beteiligen sich an praktischen Arbeiten, wie Spülen, Essen, Verteilen oder Putzen, ohne die die Treffen nicht möglich wären. Viele, die hier hinkommen, nutzen die Zeit, um zur Ruhe zu kommen, über ihren Glauben und ihr Leben nachzudenken und neue Perspektiven zu bekommen. Durch die Gemeinschaft mit den Brüdern und besonders auch durch den Austausch mit jungen Menschen aus vielen anderen Ländern gewinnt das Bild der Kirche eine neue Facette hinzu. Die Brüder geben durch ihre Herkunft aus verschiedenen Konfessionen, Ländern und Kontinenten ein Zeichen dafür, dass Versöhnung und friedliches Zusammenleben möglich sind. Durch ihre Gastfreundschaft ermuntern sie auch andere dazu, Versöhnung zu wagen. Sie laden dazu ein, über den eigenen Glauben nachzudenken, ihn aber auch zu Hause zu leben und zu teilen. Mich persönlich haben die Zeiten in Taizé immer wieder für mein Leben und meinen Glauben gestärkt. Deswegen lade ich auch immer wieder junge Menschen ein, mich dorthin zu begleiten. Ich freue mich schon auf das nächste Mal. Ich freue mich schon auf das nächste Mal.